So, da sind wir auch schon wieder. Zurück zu DotTechMutation in den letzten Folgen. Und so. Ich muss nochmal hoch. Nein, nein, nein. Äh, ah. Status. Was? Noch nicht alles gekauft oder was? Wunderschön, alles 99. Oh, alles 99. Ich muss den Spielstand nochmal neu erlernen, weil wenn tot, dann richtig tot. Und halt den letzten Speicherstand nutzen, den man halt benutzt hat. Und das ist halt der hier. Ich hab ein neues Headset. Hoffentlich vom Klang gut. Und das erste, was ich erstmal machen werde. East. Wieder einladen. Und ich hab schon wieder vergessen den. Leider. Kann Weissman. Ich glaube nicht, ne. Ne. Scheiße, halt immer her. Ich hab mir vorher, wenn man den letzten Blatt an die guckt. Äh, 481. Dauert immer so lange mit ihm besuchen, weil ich mach das halt so. Warten wir kann nicht. Boah. 6, 4, 4. Ich glaub, Sanjuro und Moonstone war's. 6, 4, 4. Also Moonstone auf jeden Fall. Wartet echt, Sanjuro oder noch? I'm coming. Ja, natürlich hinzufügen. Mann, die Steuerung. Oh, Black Rose. Oh, Black Rose. Die muss ja mitkommen. Ähm. Für. Thanks for... Dann kommt halt... Hm, warum ich das auch mal gemacht hab. Moonstone noch mit. Black Rose. Du musst mitkommen, sagt er. Ach, stimmt ja. Hm. Und... Moony. Moony, Moony. Moony. Ja. Ja, nochmal. So, Herze, komm mit. Ja, wir müssen das nochmal hacken. Die Viruskern sind hoffentlich alle noch da. Hoffentlich hab ich den richtigen Speicherstand in den Laden. Und... Alles richtig. Jut, 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 jut. Ja, ja. Tsching, tsching, tsching. Jingle Bills. Aber heute schaffen wir das. War nämlich ein... Ein großer Fehler von mir, dass ich... Die Zauber nehmen wollte, aber... Da muss ich diese komischen Bomben erst mal töten. Aber nichtsdestotrotz mach ich... Alle Gegner draußen, alle Gegner drinnen. Weil das halt nicht gespeichert wurde, so zu sagen. Ja. Das mach ich halt jetzt noch. Dann sind wir hoffentlich durch. Mit dem zweiten Teil. Alter. Wie lange wird sie noch nach oben längen? War Matrix. War... War... Ah, jetzt kommt das schon wieder. Süd, 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 Süd. Die Gäste zum Paradies werden öffnen. Ja. Nichts passiert. Ich glaube nicht. Ne, ne. Passiert auch nicht. Das magische Parzal. Manchmal denke ich auch echt, dass die Hintergrundmusik laut ist. Also ich hab schon den Emulator auf 20 Prozent, ja. Von der Lautstärke her statt 100. Ist endlich schon ganz schön. Aber es reicht eigentlich. Beim Battle-Star ist das schon so... Außerdem heute werde ich mal nicht schreien. Ich versuch's. Sagen wir es so. Ich schreck mich heute nicht auf. Nichts bringt mich heute zum Schreien. Oder weiß ich nicht. Ich hab mir das abgewöhnt schon. Hm. Ich spiel kein Tekken mehr. Ich versuch's jetzt nicht. Jetzt sind erstmal wieder die Backups-Zelten. Ich weiß nicht warum. Alles egal. Ähm. Fehlen, Kugel. Jetzt müssten irgendwie der Arschviele da sein. Genau. Nehmen wir gleich die Doppelten. Waren die nicht Assi-Gegner? Eigentlich nicht, ne. Nicht so Assi-Witz. Doch, die... Ach, macht einfach Skidsruck. Und ich weiß, dass ich jedem einzelnen... Oh, fuck. Zwei Gegner hinter mir. Dass ich jeden einzelnen Opferhille gehen konnte mit dem Wavemaster. Oh, fuck ja. Scheiß Gegner. Warte mal, ich soll das gerade hindern. Wow. Ja, richtig scheiß Gegner. Alter. Ich bin ein wenig im Po und er auch. Tank, tank, tank. Nein, komm. Alter, Moonstone verreckt er übel. Boop. Und so. Sind die Gegner eigentlich jetzt nur random oder nicht? Geht's halt nicht. Alter, dass die anders immer sind. Oh, der hatte doch was. Warum hat er das nicht genutzt? Ähm. Nicht, dass jetzt zum Beispiel in jedem Portal die gleichen Gegner drin sind wie davor auch. Ah. Na ja, erste Hilfe, bitte. Magier Seele. Scheiße. Juhu. Nö, ich geb jetzt keine Magier Seele. Könnte vergessen. Ne, doppelt groß. Ne, doch nicht. Doch. Ha. Ach, ist fertig. Ich kann das immer noch nicht vermeiden mit dem Summen. Zwei Särge? Ne. J-Seite Abifasser? Ich hab, glaub ich, Dunkel. Dunkel und Donner. Was ist denn das Vieh eigentlich? Wiss ich grad nicht. Ich glaub, das Ding ist sogar nicht gerade. Hm? Bist du? Ja, ja, dann. Dann mach ich mal Erste Hilfe. Habe ich gesagt, nun schon erzählt oder nicht? Dass ich jedem einzelnen, einzelnen Fülle gehen kann. Das heißt, Wave Master und Heavy Blade oder so, ja. Dann könnt ihr jetzt mal für den Wave Master, äh, so machen, dass er nur heilt. Der andere macht nur Skills oder so. Ich kann sogar jetzt alles aussuchen. Also, das ist unbedingt mal so faul. Darum mach ich einfach nur. Skills alle. Erste Hilfe alle. Weil hier kann ich das Ende machen. Hier ist Skills zuweisen und so'n Scheiß. Und Erste Hilfe. Werde ich sicher irgendwann noch machen. Aber hier ist das Ende noch nicht vonnöten. Nicht wirklich. Crystalstone. Black Rose Time. Oh ja. 6, 1, 10. Nein. Ähm. Da lang. Mit der Hand. Das ist cool. Die Scheiße. Oh, ein Sorg. Sorg. Oh, fuck. Hat hier auch nicht kontinuierlich da irgendwie ein Skill drauf machen? Nein. Die warten erstmal so mit dem Lut oder so. Alter, ich sterbe gerade. Übelst. Vielleicht so verdammt. Es geht drauf. Oh, ich bin der Werft. Feierbeinsturm. Oh. Also, ich werde es vermeiden, bei dem Boss hier Schriftrollen zu verwenden. Bei Bomben wäre nicht gut. Bomben sind aller. Und die machen Bomben. Das ist nicht gut. Ich kann sie sogar so einstellen, dass jeder den gleichen Gegner angreift. Weil die Möglichkeiten sind groß. Boah. Alter, Moonstone. Du bist scheiße. Die macht doch nichts. Na, jetzt. Oh, das ist ein Symbol. Wahrscheinlich nie eine Zeit übersehen. Na, komm. Habe ich kein Erde oder so? Nee, Erde hatte ich ja nie. Hatte, glaube ich, noch nie jetzt. Du bist mal wild. Ach. Hatte, ne, wrong. Du bist neue wrong. Abtorf. Abtorf. Oh, nicht abtorf mal gleich. Hatte sie die Kiste verloren oder nicht? Hat sich so angehört? Ne, nicht. Äh, ne, ich geh da nicht. Gibt's irgendwie nischt zum Enden sammeln? Nö. One, two! Oh, das wird jetzt richtig schesse. Oh, ich sterbe gerade. Ach, er kann All-Rap, ich dachte, wie? Oh, fuck. Das ist jetzt gerade nicht gut. Ähm. Flu, schlaf. Was schläft denn? Du schläfst und machst gleich fette Erste Hilfe. Nicht auf dich oder so. Kannst du den nicht irgendwie? Ah, doch, kann sie. Na gut, dann würde ich erst mal dich erstmal machen. Irgendwie hat er den nicht wiederbelebt, das ist cool. Scheiße, mein Komposbruch muss in 3, 2, 3. So, Moonstone kriegt erstmal das Tier in die Fresse. Toll, du Arsch langsam. Bleib bitte stehen. Ich nicht schnell sein, du Arsch. So, der ist tot. Aber irgendjemand hat eine Kiste verloren, das habe ich gehört. Ja, mach erstmal noch deine Erste Hilfe da. So, jetzt ist Stärken. Ähm. Ne, ich mache ja nur meine komischen Temposprüche. Meine ganz sind sauber hier. Moonstone? And me. And me, er sch. Volle Gemisch. Ähm. Braucht irgendjemand was? Nö. Äh. Da war sie doch. Geht das aus der Entfernung? Ganz sauber. Schutzring. Hatten wir auch noch nicht. Schutzring. Oh, sogar für mich, aber keinen für uns alle. Ich will nicht magisch und so einen Scheiß. Vielleicht später, aber nicht jetzt. Aber noch so einen Tag. Oh, zwei sogar. Drei sogar. So, du musst sterben. Da gehe ich jetzt extra auf den nach oben. Scheiße, er lebt wieder. Oh, das wird nervig. Meine letzte Aufnahme waren nie drei da. Oh, wer hätte das gedacht? Er lebt wieder. Wie nur er geliebt wird, er in der Zeit. Na komm, wir haben einfach. Und Moonstone, falls er nicht mal verreckt oder so. Also, einer muss wenigstens erstmal sterben. Die anderen kriegt man eigentlich recht schnell down. Au. Der wäre jetzt auch mit Trophylatschig, wäre eh gestorben. Oder auch nicht. Aber das ist trotzdem gefährlich. Nein, der ist tot. Nein, der ist wirklich tot. Cool. Hat sogar ein Geschenk da gelassen. Oh, die ist sogar öffnet. Oh. Du bist tot. Und lebst nun wieder. Er stirbt doch einfach. Ein Klau mir Leben. So schnell kann er nicht wiederbeleben. Ja. So. Jetzt mach er erst Hilfe. Alle bitte. Na, mach. So, dann krieg ich Moonstone jetzt noch eine Magierseele. Ach man, ist das nervig. Also nochmal alles immer zu machen, wenn man stirbt. Das erste Mal, dass ich storme. Voll schlimm, finde ich. Aber kann man halt nicht vermeiden. Passiert halt. Ah, der stirbt eigentlich recht schnell. Zwei, zwei gehen ja noch. Aber drei ist zu viel. Drei ist definitiv zu viel. Ah, Moonstone ist behindert. Ach, der wird einfach so Black Rose, weil Roblover abwehren würde. Alter, wie viele Leben. Oh, doch. Twilight Onion. Twilight Onion. Okay, Twilight Onion Saga. Oh, fuck. Oh, wow. Wow. Die sind ja so schnell. Wow, warum ist das gerade so slow-mo? Obwohl die Frames nach oben gehen. Aber das kann ja nicht der Pizini. Äh, das ist das Spiel denn nicht. Äh, das kann ja nicht. 50 Frames. Nicht 60. Äh, das ist ja die... Pal, weiß ich so? Nee, Pal. Doch. Oder? Ich hab keine Ahnung. Oh, du bist verändert. Ähm. Nö. Du kommst jetzt mal her. Der kann das wirklich nicht. Komm. Nö. Irgendjemand hat hier eine Küste in die verloren. Irgendwo hier? Oder hat er mich wieder verhört. Dann gehen wir wieder raus. Ah, da ist man mit Twilight Onion. Twilight Onion. Nachs Zwiebel. Boah. Wenn ich keinen Wegseln noch einen größeren Schreibtisch hätte, dann wäre es noch richtig an, ihn immer zu zocken. Und seine Hand ist nicht mehr wirklich auf dem Tisch. Ah, mit dem Tisch komme ich noch klar. Eigentlich. Oh, jetzt ist Leute von meiner Mutter. Das ist ein richtiger Computertisch. Warte, lebst du noch? Doch, er kann noch. Was ist denn da für ein Status weg? Gehen unsere Stärkungsdinger weg? Oder hat er irgendwas vergessen zu stärken? Ah, doch. Geht alles weg. Ähm. Stärken. Machen wir da einen komischen Blitz da noch? Oder war nicht sowas mehr? Doch. Ah, mehr hattest du nicht. Oder? Nee. Also immer nur die drei Fäfte. Miete Milch. Ähm. Mit Milch. Ähm. So. Auferstehung. Haben wir 99 Stück. Wie viel hat er denn, Alter? 99 ist überhaupt nicht schlecht. Ja, so ist das nicht. Später kriegt man so viel Geld, glaube ich, so wie ich schütteln. Solange man einen Inventarsplatz hat. Oh, der wird sterben. Warum wurde mir Leben abbezogen? Oh, genau. Oh, genau. Heil. Ah, sind ja noch vier Portale. Geht eigentlich recht schnell, finde ich. Nehme ich auch auf. Ja. Geil. Der macht den Rechten schon mal zu platt. In solchen Situationen denke ich echt nicht mehr leise. Wow. Der macht Mama. Mama. Boah, wie viel Trinke ich schon verbrauchen habe, Alter. Au. Wo ist er? Die Viecher, die man nie trinkt. Und jeder trifft immer. Wow. Wow, der ist ja schon fast tot. Darauf war ja nie achtet. Ich weiß nicht, ob ich die treffe oder nicht. Ich weiß nicht. Die Tropfen kommen irgendwie sehr selten, finde ich. Und weiter. Ich weiß nicht, dass die Null war ja so ganz komisch. Darauf finde ich den ja wichtiger. Au. Ähm. Ja, manche überlegen, dass ich leise. Also, äh, weil ich nichts sagen und so. Da konzentriere ich mich manchmal. Meine Konzentrationsphase. Na, mach hin. Geht er. So, gleich einmal Glücksdraht. Ich habe mal wieder so eine, äh, Schülk-Rüstung. Äh, Leinenpanzer. Das geht auch. Ich will mich nicht anleinen. Oh. Unleinen. Hö, hö. Oh. Nein. Geöffnen? Nee. Oh, ne gute Sohn-La-Rap mal. Oh, wie heißen die Erweiterungen davon? Wiss ich gar nicht. Ah, kein Ding. Kein Ding. Das ist schlimm. Äh, ist das Wasser? Da ist das Wasser. Ich muss jetzt die Lebung wegmachen. Genau. Au. Das wird nicht verrecken. Ach, genau machen wir's Ding. So, der ist tot. So. Und du, der benutzt er auch. Nein. Oh. Gein Arsch. Bleib jetzt stehen. So. Magge Seele, Black Rose. Gleich sind wir W-Slim-Dungeon drin. Wie viele Etagen waren das? Vier? Fünf? Club-Docon, vier. Der erste war ja dieser komische Rätselraum, glaube ich mal. Oh, wo ich die Kombination wieder nicht weit weiß. Da werde ich ja gleich wieder hören. Oh, alle Paper-Tower laufen. Geil. Au. Oh. Und das Ding. Die sterben gerade. Ist mir gerade egal. Komm. Achso. Ich gehe auf Nummer Sicherheit kommen. Und Moonstone auch. So. Reigen. Und jetzt ab in den Dungeon-Undel. Was ist los? Jetzt mal ohne Mist. Was ist los? Was? Ähm. Neh mich auf die richtige Festplatte auf? Mach mal das. Kommt auf, die ihr macht. Okay, rein. Wenn das nochmal kommt, dann muss ich mal kurz. Jetzt geht der so nicht.